Suchen und finden ist die Devise. Mit der erweiterten Suche steht ein umfangreiches Werkzeug für das Finden von Datensätzen zur Verfügung. Diese kann individuell konfiguriert werden. Die Funktionalität steht auch hier im Vordergrund. So lassen sich auch Suchprofile speichern, die man schnell und einfach wieder aufrufen und anpassen kann. Ebenso ist der Ausdruck sowie ein Export der angezeigten Datensätze möglich.